hier ist nicola und rainer und unser neues co-mitglied henry genau und den kleinen den wollen wir euch heute mal ein bisschen vorstellen ein kleiner west highland white terrier er ist jetzt zehn wochen alt und ja am 18 12 2023 ist er mit vier geschwistern zusammen geboren worden und mit vier wochen haben wir ihn dann kennengelernt und letzte woche war der große tag noch ja da konnten wir ihn von der züchterin abholen moin leyvelüt hier ist nicola von reinis wo motoren tv und auch wenn der jolly hier hinter mir steht der bleibt heute stehen denn heute haben wir ein anderes ziel das fahren wir mit dem pkw an denn wir holen ja heute unser neues co-mitglied für die reisen und natürlich unser neues familienmitglied den kleinen welten unsere fellnase den henry und gleich geht es los und wir sind sowas von aufgeregt so ihr lieben da ist der kleine wir stellen euch vor und jetzt geht es erstmal nach hause es war ein tolles erlebnis ja und wir waren die ersten von seinen geschwistern die abgeholt wurden ganz ganz besonderer tag für uns also ich weiß gar nicht wer von uns dann am ende aufgeregter war der kleine mann oder oder wir beide aber hat das ganz fein gemacht auch die autofahrt ganz fein überstanden und seitdem ist jeden tag abenteuer angesagt die nächte sind noch ein bisschen anstrengend wie das halt so ist mit so einem kleinen freckel der noch regelmäßig dann raus muss und seine seine pipi pause in der nacht braucht ja wir haben leichte augenringe aber das wird ja auch schon besser und er macht einfach so viel freude er ist so unser täglicher zuckerschock kann man mal so sagen das kann man wirklich so sagen ja genau lernt ganz viel jetzt und wir natürlich mit ihm ja und natürlich hat er auch das wohnmobil schon inspiziert und ich glaube er findet das ganz prima und er hat ja auch schon plätzchen unterm tisch das er ganz fein findet ich glaube da will er jetzt viel lieber hin als hier so blöde in die ich glaube auch in die kamera gucken ich glaube wir lassen ihn mal runter den kleinen freckel ja genau und das haben wir uns überlegt als erste reise ja wir wollen mal wieder zu unserer lieblingsinsel auf fehmann und da wollen wir mal einen neuen platz kennenlernen davon werden wir natürlich auch berichten dann und das alles natürlich jetzt auch so ein bisschen unterm aspekt von hundebesitzern das sind ja dinge wo wir vorher nicht so drauf geachtet haben und jetzt müssen wir halt auch ein bisschen schauen was bietet der platz darf man überhaupt mit dem hund hinkommen und was wird dann angeboten ja da sind wir also auch ganz gespannt unsere hausinsel kennen wir ja sehr gut also das ist mit sicherheit was ganz ganz tolles für den kleinen da wollen wir schön an strand und ja mal eine fahrrad tour machen wir werden berichten also seid da gespannt das geht ende märz los und wenn das wetter so ein bisschen mitspielt würden wir vorher gerne auch schon mal eine kleine so einen kleinen ausflug landvergnügen auf dem bauernhof machen das machen wir aber vom wetter abhängig und da schauen wir mal wäre natürlich schön wenn wir da schon mal mit dem kleinen was machen können aber wie gesagt das muss passen und am ende haben wir ganz viele jahre vor uns ich weiß nicht was er jetzt schon wieder macht er versucht rauszukommen aber er hat an den griff kommt er noch nicht ganz genau ja das ist es erstmal alles andere wie wir die reise vorbereiten was wir jetzt auch für den kleinen mann alles mitnehmen das werden wir euch alles berichten bleibt uns erstmal nur euch ein wunderschönes wochenende zu wünschen schöne zeit schöne reisen und wir freuen uns wenn ihr wieder dabei seid und uns begleitet denn gemeinsam macht das reisen ja am meisten spaß so und dann eben gemeinsam mit unserem kleinen vesti mit dem henry und da freuen wir uns sehr darauf alles alles liebe euch bis demnächst eure Nicola, euer Rainer von Rheinis Wohnmutter und TV und euer Henri. Nicht zu vergessen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.